Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, nämlich Watch Dogs. Gott, wie ist das mich in letzter Zeit in den Fingern gekribbelt, das Spiel. Halbes Jahr ist es her, seit es eigentlich erscheinen sollte, am 26. November 2013 eigentlich. Dann hat es Ubisoft verschoben, bis heute, nämlich den 27. Mai 2014 und endlich habe ich es in der Hand, bzw. spiele es auf dem Computer, habe es eigentlich noch gar nichts angefangen, noch gar nichts gemacht, ich spiele es völlig blind, habe mich eigentlich schon irgendwie dafür gesorgt, dass ich auch nichts über das Spiel selbst erfahre, Story oder sonst irgendwas, damit ich einfach die pure Spielerfahrung hier mit euch machen kann. Und ey, ich möchte am liebsten sofort jetzt losspielen, mich krepelt in den Fingern und deswegen neues Spiel. Ich sage schon mal im Voraus, die Grafikqualität habe ich auf Mittel bei mir gestellt, weil ich einfach eine Qualität erreichen wollte, mit der ich auf jeden Fall aufnehmen kann. Falls ich höher stellen kann, werde ich es höher stellen. Falls es doch zu viel ist, dann bitte ich für den ein oder anderen Ruckler zu entschuldigen. Ansonsten, Benchmark habe ich nicht laufen lassen oder ähnliches, aber mein Computer müsste es eigentlich theoretisch schaffen. Theoretisch. Praktisch, werden wir sehen. Mal schauen, wann dieser liebe Ladebalken auch vorbei ist. Oh Mann, ich bin so gespannt. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hecke mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lieben. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind rein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Licht. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Also? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich seh mal nah. Besser Nate. Halt dich an dem Plan, die mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die Scandesystem. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger nehmen. Was ist denn, was ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Keine Ahnung. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hacker-Tage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Denn die zu machen. Ich weiß es nicht. Der Familie? Gibt es Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hörst du mich erst recht? Das war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pieps. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr glücklich nachdenkst. Denk nach. Mann. Doch wenn ich da wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Trüben. Ich hab Sachen gehört. So was hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Erschießen sie, Maurice? Töte mich! Töte mich doch! Muss ich die jetzt töten? Okay, die Mausen sind etwas sehr schwergängig. Oh oh. Okay, mit F niederschlagen. Das geht ja noch. So was ist echt praktisch. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Drücken und halten sie Q zum Hacken. Okay, mal schauen, wie das ist. Ich kann nicht mehr weglaufen. Das geht nicht. Dieser Schatz, der ist. Ich hab seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Wer macht immer weiter? Ich muss echt weit. Okay. Das war mal ein krasser Einstieg. Medizin ist auch immer schön zu haben. Gibt's hier noch irgendwas, was man nehmen kann? Chemische Komponente. Hm, was ist das hier? Systemschlüssel. Herstellungskomponente für... Ach, Tax ist weg. Verdammt. Aber trotzdem, was haben wir hier noch? Geld, 167. Das freut mich. Geld kann man immer gebrauchen. Immer. Wenn nicht, dann ist man froh, dass man welches hat. Bin ich jedenfalls so der Meinung. So, für Aiden wird's ja ziemlich persönlich. Die Nichte wurde anscheinend getötet. Cool. Man kann den Getränkeautomaten hacken. Okay, das ist gut. Das ist cool. Dann gehen wir jetzt mal. Ei, ei. Ei. Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey. Sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich mein, du siehst gar nicht, welch fieses Gegendrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt das Spiel. Das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefon an. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Habt die Bullen gerufen? Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Wenn die Bullen kommen und Maurice, große Brüder kommen, dann ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Verlässliche wahrscheinlich verraten. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. An der Polizei vorbeischleichen. Na, ob das gut geht bei mir? So, C für die Deckung. Okay. Äh. Das ist... Das wollte ich jetzt bald wieder nicht. Ich hab hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schusswunzen. Okay, ob das geht. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Kann man das irgendwie hacken? Ah. So. Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May-Stadiums. Gangbanger. Das sieht doch mal gut aus. Also, das ging jetzt mal relativ gut noch. Okay. Sollen die sich mal unterhalten? Ich hau jetzt ab. So. Hüpfen wir mal hoch. Ähm. Tippen Sie auf Y-Profeile zu aktivieren. Gut. Äh. Y-Pselon. Die Profile zeigten Datenflusslinien von Objekten. Ah ja, hier. Exit. Ach ja, und hier muss ich da oben hacken. Ah, cool. Hm. Da unten gibt's ein paar interessante Sachen. Also, es blinkt, als muss es interessant sein. Und da? Oh, da haben wir einen Polizisten. Folgen Sie den Datenflusslinien bis zu Ihrer Quelle. Das wäre also... Hm. Ja, so weit kann ich jetzt auch wieder nicht schauen. Hm. Entschuldigung. Hm. Kann ich nicht irgendwie die Kamera wechseln? Weil... Ah, bis dahin, da kann ich nicht. Gucken. Hm. Ah, hier. Da kann ich da rüber zurück der Kamera. Was zu sehen? Nein. Alles ruhig. Hm. Da ist ein bekannter Weifel in der BIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Ah, und... Entringen Sie die Tür. Habe ich erreicht. Erreichen Sie die obere Etage. Gut. Das können wir auch machen. Okay, wieder C. Verstecken wir uns ein bisschen. Ah, elektronischen Teile. Benutzen Sie einen Köder, um Polizisten abzulenken. Wir können Köder herstellen. So. Ah. Jetzt. Ich drücke... Ach. So. Ich habe aus Versehen wie die ganze Zeit gedrückt. So. Gut, dann nehmen wir den... Ah, Köder. Halten Sie die G gedrückt, um den Wurf vorzubreiten. Okay. Lassen Sie die G los, um zu werfen. Na, hoffentlich klappt's. So. Gehen wir schnell vor. So, um die Ecke. So. Und hoch mit dir. Ja, war nix. Oh. Ja, kommen Sie her. Das ist doch Schöße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen doch reden. Ey, Mann, ich habe hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück, doch vor. Gehen wir auch ein Wurf. Und dann haben wir sie wieder abgelenkt. So. Oh, oh. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex anbringen. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht verablenken müssen. Ich will den Strom ausschalten und dann ausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest die Brecher aus den Landrichten rausfüllen. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Diesen Trip wirst du lieben, Gunke. Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheit zur Beigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Koks hier sind die sicher auch nicht leid. Okay. Von der Entfernung aus können wir überhaupt hacken? Ja, anscheinend schon. So, machen wir mit Sicherheit kurz finden. Und der? Sergeant. Äh, Sergeant. So. Wachmann außer Dienst? Hat er einen Abschluss in Psychologie? Hm. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an den richtigen komme. Ah ja, hier, vielleicht der. Okay. So macht man das hier also. Gut. Wie kommen wir jetzt aber weiter? Ich darf mich ja nicht allzu dämlich anstellen. So. Hm. Da hinten rum, vielleicht? Hm. Scheint auch nicht ganz zu klappen. Ich glaube, wenn ich da durchgehe einfach, dann ist blöd. Ach, hier, stimmt. Sorgen Sie für einen Stromausfall. So. Rufen wir mal einen Blackout hervor. Mit Game Blackout. Und. Wuhu. Der Strom ist weg. Weg. So. Und was machen wir jetzt am besten? Okay. Ah, Mann. Na, aufpassen, aufpassen. Der schaut jetzt hier ein bisschen her. Ich denke mal, wenn ich da hintergehe. Oh. Ich dachte, der läuft von allein. So, jetzt geht mal bitte weg. Danke. Das finde ich super von euch. Und. Ganz doll loyal. So, dann kann ich jetzt abhauen. Super, abhauen. Da könnt ihr ruhig machen, was ihr wollt. Wo bist du, Javi? Was? Weg. Habt ihr Bullenallergie? Movies auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es mir egal. Ich muss. Nett immerhin. Er hat was dagelassen. Oh. Hallo, Leute. So. Nicht auffallen ist jetzt die Devise. Da ist Kassenhoffenkopf vorbeigerast. Na, die Polizei kommt. Aber die müssen mich eigentlich nicht kennen. Polizei in Verfolgung. Oh, toll. Die haben mich doch anscheinend erkannt, oder wie? So. Na toll, na toll. So. Dann hauen wir mal ab hier. Gehen wir da rin da. Die Polizei soll mich mal in Ruhe lassen.